Dann brauchen wir noch Augenhintergründe und Ohrenmittelteile. Wir machen heute ein Babygeschenk und zwar ein Kuschelhandtuch mit Fuchs. Das nehmen wir heute. Dafür habe ich diese Handtücher besorgt. Die gibt es bei Ikea. Und ich finde sie super, weil sie so ein schönes Orange sind. Also es ist nicht so ein Farbkastenorange, sondern einfach so ein schönes gedecktes Orange. Und dafür werden wir das große hier als Basis verwenden. Da kann man das Baby gut drin einwickeln und hier oben kommt mit der Kapuze dran. Die machen wir aus dem kleineren. Das sind jetzt zwei große, oder? Hier ist das Handtuch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das ist auch einfach praktischer, weil man das zumindest in der Länge, also so als Kapuzen, so der Part sogar, schon so nehmen kann. Und dann hat man, muss man es nicht umsäumen, sondern kann hiervon gleich die Kanten nehmen. Steffen lacht, weil ich aussehe wie ein Depp. Aber macht nicht. Das ist zur Veranschaulichung. Okay, mit den zwei Handtüchern arbeiten wir. Dann habe ich noch schwarzen und weißen Stoff für die Augen und die Nase. Also der Fuchs kriegt vorne eine kleine Schnauze. Wir teilen das Handtuch. Eine Hälfte davon verwenden wir für die Kapuze und die andere Hälfte davon, daraus schneiden wir uns die Öhrchen und die Schnauze aus. Entweder das hier, die Kapuze, oder das. Ich orientiere mich dafür an einer Anleitung von einem amerikanischen Blog, die ich online gefunden habe. Sie macht das auch so mit so einem Dreieck. Ich verlinke euch den nochmal in der Infobox. Wir wandeln es ein bisschen ab, aber so die Grundidee, dass man einfach so Dreiecke verwendet und dann so lustige Augen mit drauf macht, das habe ich mir da abgeguckt. Das verlinke ich euch. Das wird mein Schnäuzchen. Ich mache das Ohr jetzt unten, also 8 cm, 7 cm hoch für hinten. Die Schnauze habe ich gemacht, 15 cm und ich glaube 12 cm hoch. Mal kurz gucken. Ne, definitiv höher, aber ich habe noch eine kleine Nahtzugabe dazugegeben. Also mit Nahtzugabe ist es 14,5 cm hoch. Mal gucken. Ich dachte immer, ich denke immer kleiner nähen kann man es immer noch, aber so sollte es eine ganz hübsche Schnauze geben. Also ich habe jetzt vier kleine Dreiecke und zwei große Dreiecke. Auf die Schnauze möchte ich vorne so einen kleinen schwarzen Bobbel drauf machen und in die Ohren kommen weiße Öhrchen, wie so ein Fuchs das halt hat. Und dann brauche ich noch die Augen, die werde ich mir jetzt auch noch ausschneiden. Dann werde ich auch nochmal so eine kleine schwarze Bobbel und so halbgroße weiße zuschneiden. Dann schneiden wir das noch zu, dann kann man loslegen, mitnähen. Also ich brauche eine runde Schablone. Ich nehme das Innere vom Washi-Tape. Kann man voll gut erkennen, fast gar nicht. Ich kniege es einfach übereinander, weil das mit dem Vorzeichen, das klappt eh nicht so richtig. Dann brauchen wir noch Augenhintergründe und Ohrenmittelteile. Das ist übrigens wieder dieser Friction-Pen, der sich einfach wegbügeln lässt. Also keine Angst, der Fuchs wird nicht lila. Was ich jetzt noch brauche, ist das Auge. So, das ist mein Auge. Und hier die Öhrchen. Ich habe mir jetzt einen feinen Zickzack-Stich eingestellt und gehe damit einmal um das Näschen rum. Warum reißt dieser Faden? Ich verstehe es nicht. Dieses Frottee gelangt wohl in den Transporteur, zumindest sagt das Google. Und dadurch lässt sich das gar nicht mal so leicht aufnähen. Ich habe es jetzt immer so stückchenweise drin sticken lassen, dann gedreht und dann wieder drei, vier Stiche weiter. Ich mache es jetzt so gut fertig, ich habe ja noch ein paar vor mir. Vielleicht irgendwie was unterlegen. Ich glaube, die hatten geschrieben, man kann Papier unterlegen oder sowas. Schon wieder gerissen. Wird ein bisschen eine knubbelige Nase. Jeder junge Mann kriegt... Scheiße. Du kannst doch Backpapier unterlegen. Danke. Steffen hat das gerade nochmal auf dem Detail gegoogelt. Also die Nadel wird schneller stumpf, wenn man mit Backpapier arbeitet. Man sollte idealerweise dieses Stickvlies nehmen. Ich würde es trotzdem gerne mal mit dem Packpapier ausprobieren. Und ich habe es jetzt schon fast, es ist ein bisschen eierförmig in der Nase. Ich gehe jetzt hier nochmal drüber über diesen Rand, der nicht so geil geworden ist. Und dann mache ich die Öhrchen. Na, da bin ich ja gespannt. Es geht tatsächlich wesentlich stabiler, wenn man das Backpapier da drunter hat. Oh, jetzt muss ich nur hier hinten rausfrieweln. Cool. Wieder was gelernt. Jetzt kommt das zweite drauf. Und dann wird das zusammengenäht und umgestülpt. So, ich mache mir da einen ganz normalen, langen Stich. Das sieht aus wie ein Stück Pizza, einfach halber auf diesem Backpapier. Süß. Alles gerissen. Was ist denn das? Also ich steige um auf eine Stretchnadel, weil mir ständig der Faden reißt und das Internet sagt, das könnte was helfen. Gucken wir mal, ob das die Lösung der Probleme ist. Frag mich jetzt nicht, was der Unterschied ist zwischen einer Stretchnadel und der ich gerade hatte. Die abgerundete Spitze. Hey, Kluckscheißer aus dem Acht. Okay, Stefan hat das gerade allerdings nebenher gegoogelt. Der erkennt sich jetzt aus mit solchen Sachen. Also wenn ihr Nähmaschinenfragen habt, dann meldet euch bei ihm. Die Stretchnadel und die erhöhte Oberfadenspannung haben aber geholfen. Also jetzt funktioniert. Das ist gut. Jetzt habe ich die Öhrchen fertig. Das heißt, ich kann es an den Augen richtig machen. Das ist gut. Und dann sieht man es wahrscheinlich auch am meisten. Jetzt nehmen wir die erstmal zusammen. Also ich lege jetzt praktisch rechts auf rechts. Neh die zusammen und stülp sie über, wie ich es mit der Schnauze gemacht habe. Hier kommen zwei Löcher rein, da wird es durchgesteckt. Also so kommt der jetzt drauf. Das heißt, ich nähe ihn so rum an. Dann kann er nämlich nachher hier nach unten klappen und hat hier eine schöne Kante. Ich habe auf Instagram mal gefragt, was es so für Fragen gibt an mich. Und es kam mir einfach die Frage, wie alt bist du? Ich bin 33 und das erklärt auch, warum ich ständig Babygeschenke mache zurzeit. Weil alle meine Freundinnen Babys bekommen jetzt. Normale in dem Alter. Also es ist jetzt ganz schön dick geworden, so mit drei Handtuchsschichten. Aber wir hatten das beim Beach Tower getestet. Das hat funktioniert. Also hoffe ich, dass es diesmal auch geht. Fuck. Was war das denn? Die Nadel ist gebrochen. Scheiße. Zum Glück habe ich ja gerade genug Nadeln nachgekauft, dass ich die jetzt einfach wechseln kann. Ich habe jetzt die zweite Nagel gebrochen. Ich glaube, ich muss mit der Hand weiter nähen. Aber ich dachte, ich mache eine kleine Pause. Gestern hat mich jemand auf Instagram gefragt, wie ich dir das ganze DIY-Zeit aufbewahre. So. In einem riesigen, verwirrten Knäuel auf dem Sofa. Aber da müssen wir uns auch mal was überlegen. Können wir auch mal ein Video machen zum Thema DIY-Aufbewahrung, DIY-Schrank. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Da mal mehr Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Und dass ich das alles mal organisiere, was wir hier so haben an Material und Zeugs. Ihr wisst wahrscheinlich, wie viel eure Nähmaschine da vertragen kann. Aber meine scheint irgendwie drei Schichten Frottee nicht zu vertragen. Vielleicht machen wir hier noch ein, zwei kleine Stiche, dass er unten bleibt. Also ich habe jetzt gerade auf Insta-Stories gefragt, was das Nähmaschinenproblem sein könnte. Weil mir ja viele folgen, die sich da richtig gut auskennen. Und das hat es tatsächlich gelöst. Also es war ja irgendwas mit dem Oberfaden, nicht mit dem Unterfaden. Auf jeden Fall ist es jetzt gelöst. Wenn man die Nähmaschine richtig eingeschaltet hat, sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Und jetzt machen wir die Öhrchen hier dran. Dazu schneide ich hier ein, lege die rein und nähe von unten nochmal drüber. Hier aufschneiden und hier aufschneiden. Okay. Jetzt geht es an die Augen. Ich nähe jetzt die weißen Parts, so wie die Zacken hier oben, hier einmal dran. Guck mal, wie süß. Der hat eine kleine Ecke am Auge und das sind jetzt nicht die schönsten Werte, die ich je gesehen habe. Aber insgesamt, so, das sieht süß aus, oder? Jetzt machen wir daraus eine Kapuze. Und zwar, indem wir das hier hinten zusammennähen. Ich glaube, ich nehme da noch so 5 cm rauslassen. So. Gehe jetzt einmal so rum drüber. Und dann stülpe ich es um und gehe auf der Innenseite nochmal drüber. Einfach, dass ich diese offene Kante hier nicht drin habe, weil sich das schon relativ leicht ausfusselt. Musik Das Leiche hier nochmal und dann habe ich das schön versteckt. So, jetzt ist das nämlich hier ordentlich. Also auf der Innenseite, wo man das Köpfchen hat. Und außen natürlich auch. Ich glaube, das nennt man französische Naht, aber ich bin mir nicht so sicher. Jetzt wird diese Kante hier hinten an das große Handtuch angesteckt. Und dadurch ergibt sich diese Kapuzenform. Das machen wir jetzt noch und dann sind wir fertig. Habe ich jetzt, glaube ich, schon viermal gesagt, ne? Ist es süß geworden oder ist es süß geworden? Das ist doch mega niedlich. Voll süß. Mal testen. Also ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr eben einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.